Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Sterne. Das ist der Präsident. Und das ist die Sonne 1955. Und die Sterne. Und der Präsident. Meine Eltern heirateten 1955. Sie hatten ein Kind und waren 44 Jahre verheiratet, als meine Mutter starb. Sechs Monate später sagte mein Vater mir, dass er schwul ist. Ich bin schwul. Ich sehe ihn dabei in einem violetten Pullover vor mir, aber in Wahrheit druck er einen Morgenrock. Ich bin schwul. Ist Ihre ganze Ehe über schwul gewesen? Wer ich bin? Oliver. Ich habe ein Mädchen kennengelernt. Du zeigst, wohin ich fahre. Dallon? Hallo? Oliver? Ja. Die haben da in dem Club so eine ganz wunderbar laute Musik gespielt. Inze, 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 Inze. Was für eine Musik ist das? Das ist bestimmt Haus gewesen. Aha. Hausmusik? Ja. Okay. Haus, Hausmusik. Die Bronchioskopie hat ein Geschwür nachgewiesen. Lass es uns nicht an die große Glocke hängen. Vor Anna hatte ich vier ernsthafte Beziehungen. Ich habe alle in den Sand gesetzt. Freu dich einfach drüber, hm? Zum ersten Mal habe ich ihn wirklich verliebt gesehen. Menschen wie wir. Die Hälfte von ihnen glaubt, dass es niemals funktioniert. Die andere Hälfte glaubt an Magie. Sex. Leben. Heilung. Natur. Magie. Genau so sollte es sich anfühlen. Ja, hoffe ich auch.